Es ist soweit, Leute! Wir werden versuchen, ganz, ganz viel Farbe auf den Boden zu kleckern. Und das alles sind meine Gegner! Und damit erstmal, hey Leute, schön, dass du eingeschalten hast. Und wenn du jetzt einmal hier bist, lasst alle gerne mal einen Daumen nach oben da. Das würde mich sehr, sehr glücklich machen. Schreibt jetzt noch gerne ein nettes Kommentar, wenn du gerne mit mir gemeinsam mal spielen willst. Und ihr seht es, wir spielen heute hier ein neues Spiel. Das ist sowas wie Paper.io. Ihr kennt es sicherlich. Und mein Ziel ist es, so viel Farbe einzufärben, wie es nur geht. Und stärker und besser zu werden. Dabei muss ich versuchen, die Leute umzuschnetzeln. Und das ist gar nicht mal so einfach, Leute. Und oben rechts seht ihr, wie viele Punkte ich habe. Also ich habe insgesamt 11% gerade mal nur eingefärbt. Naja, egal. Das kann aber auf jeden Fall noch besser werden, Leute. Wir müssen versuchen, wie gesagt, so viel Farbe, wie es nur geht, zusammenzukriegen. Und wir sind jetzt gerade mal Platz 3. Und hey, mach dich weg hier. So, Leute. Oh mein Gott. Es ist halt schwieriger, als es aussieht. Ihr könnt es gerne auch mal spielen. Wenn du möchtest, dass wir das gemeinsam spielen, einfach jetzt mal einen dicken Daumen nach oben da lassen. Und wir sind Platz 3. Also haben wir ein kleines Plätzlein. Oh mein Gott, Leute. Das sieht gut aus. Wir können sehr, sehr viel abschneiden. Und bam. Damit machen wir, oder bringen uns weiter nach vorne. Und schaut euch mal das an. Sie hat gerade die eine dort eliminiert. Und wir haben 23% und sie 27%. Naja, egal. Ich werde es nicht mehr schaffen. Sie hart geworden. Und das war Runde Nummer 1. Und es geht direkt wieder weiter los. Wir haben jetzt die grüne Farbe. Und wir müssen weiterhin natürlich probieren, alles hier zu erobern. Aber ich habe Angst, dass die Leute hier mich umschnitzeln wollen. So, wir haben jetzt... Oh, wir sind Platz 3, seht ihr gerade. Platz 3, den wir sicher haben. Okay, doch nicht mehr. Naja, jetzt haben wir den wieder. Auf jeden Fall kann man hier eliminiert werden, wenn man durch diese hellgrüne Farbe hier läuft. Denn ich muss immer erst komplett abschließen. Ich denke mal, die meisten Spieler von euch werden es auf jeden Fall kennen. Und wir haben... Oh, gerade hatten wir Platz 1. Naja, egal. So, wir machen nochmal nur ein Stückchen. Warte mal, können wir ihn jetzt raushauen? Wartet mal. Und... Hey, wie haue ich den raus? Ich dachte, der wäre jetzt raus, Leute. Naja, egal. Aber wir werden es auf jeden Fall schon hinkriegen. Und... Oh, das war nochmal knapp. So, ich habe... Ach... So, wir werden mal von dem Blauen hier einiges schnappen. Oh, mein Gott, Leute. Es sieht sehr gut aus. Ein riesiges Stück machen wir uns hier gerade ab. Und alles ist grün. Damit haben wir jetzt richtig viel. Na, der Gelbe, der klaut uns auch die ganze Zeit unsere Farbe. Aber wir können uns natürlich jetzt gerade nur auf einen konzentrieren. Und das ist, äh, gerade blau. Es tut mir leid, blau. Aber ich will so viele Farbe... Oh, 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 oh. Nein, nein, nein. So viel Farbe von dir bekommen, wie es nur geht. Gelb ist Platz 1. Das gefällt mir gar nicht. Und... Hey, was machst du denn hier? Weg hier! Oh, mein Gott. Er will uns echt gerade was klauen. Weg, 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 weg mit dir! Hey, Leute, was macht er hier? So, und nein. Nein, wir sind gestorben! Oh, Mann, oh, Mann, oh, Mann, Leute. Wir sind gerade gestorben. Aber ich würde sagen, in der nächsten Runde strengen wir uns doppelt so dolle an. Übrigens seht ihr gerade dort den Gewinner? Und der tanzt fröhlich herum. Naja, egal. Wir werden schon nächste Runde auch gewinnen. Okay, ich sport auf jeden Fall in der Mitte. Was jetzt nicht gerade so gut ist. Denn am Rand hat man auf jeden Fall mehr Chancen zu überleben. Aber, wow. Okay, wir haben uns schon ein bisschen was gebaut. Oh, der ist doch ganz, 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 ganz nah bei uns dran, ne? Mann, ich verstehe immer nicht, Leute, wie man die raushaut, ey. Echt jetzt. Aber egal, das werden wir schon rausfinden. Aber ich kann mich natürlich auch für Robux respawnen. Und ich würde sagen, das machen wir natürlich gleich, Leute. Da bin ich wieder mit drin. Einfach geschummelt, indem wir uns respawnen haben. Und hey, jetzt will ich euch mal auch raushauen hier. Ja, okay. Irgendwie verstehe ich nicht, wie ich die raushaue. Naja, egal, Leute. Wir sammeln schön, schön, schön hier unsere Punkte. Und wow, wir müssten echt ein bisschen schneller rennen können. Das wäre mega gut. Ich werde auf jeden Fall jetzt hellgrün oder türkis oder was auch immer für das, was eine Farbe ist, ein bisschen was klauen. Hey, jetzt raus mit dir. Ey, Alter, bin ich ein Noob, Mann? Oh, das lasse ich nicht auf mich sitzen, Leute. Leute, wir respawnen uns wieder und ich bin nicht mal oben rechts. Ihr seht es nicht mal in der Top 3, weil ich so schlecht bin. Okay, sagen wir dazu gar nicht. Naja, egal, unten steht unsere Zeit. Wir haben noch 50 Sekunden Zeit. Jetzt haue ich dich aber raus hier. Ich weiß nicht, wie ich die Leute raushaue, aber irgendwie schaffe ich das schon, oder? Okay, ich lasse es lieber, Leute. Irgendwie ist das mir ein bisschen gerade zu komisch. Aber es sieht gerade ganz, ganz schlecht aus für uns. Ist das hier meine Farbe, Freunde? Nee, anscheinend nicht. Oh mein Gott, warte mal, sie wurde eliminiert. Und jetzt werden wir uns gerade noch schön, schön, schön was holen. Okay, es sieht gut aus. Bin ich jetzt raus? Nee, irgendwie bin ich nicht raus. Okay, 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 Leute. Das ist aber auch nicht schlimm. So, das ist alles meins hier. Hey, mach dich weg hier. So, zack, alles wird eingegrenzt. Das ist natürlich alles meine hier. Okay, ich bin tot, Leute. Also irgendwie funktioniert das manchmal und irgendwie funktioniert es nicht. Naja, egal. Wir werden uns auf jeden Fall noch mehr, mehr anstrengen, um auch mal eine Runde gewinnen zu können. Wow, ja, da tanzt sie und freut sich, Emily. Toll, schön, dass du gewonnen hast. Aber jetzt möchte ich auch mal gewinnen. Okay, ihr habt es gehört, Leute. Ich will auch mal gewinnen. Und dafür könnt ihr mich ruhig mal gewinnen lassen. So, jetzt kreisen wir mal hier unser Zeug ein. Und lasst mich mal ein bisschen jetzt hier farmen. So, wir machen uns jetzt mal einen schönen Kreis. So fangen wir mal an. Ja, okay, stört mich gerade keiner. Also kann ich ja hier mal ein bisschen rumrennen. So, hier ist keiner. Lasst mich mal kurz ein bisschen Farbe tanken. So, dann noch hier. Okay, sie stört uns auch gerade nicht. Blau stört uns auch nicht. Oh, warte mal. Sie kommt. Nee, nee, es kommt keiner. Oh mein Gott, Leute. Ich glaube, jetzt haben wir mega viel eingekreist. So, bam. Jetzt sind wir Platz 1 mit 23%. Wir dürfen uns jetzt nur nichts mehr klauen lassen. Hey, warum stirbt sie nicht? Ich renne doch durch ihre Farbe. Naja, egal, Leute. So, wir machen uns hier noch zack, 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 zack. 26% haben wir. Ich werde auf jeden Fall jetzt jeden Quadratzentimeter hier verteidigen. Und hier haben wir blau. Blau wird uns langsam auch gefährlich mit über 20%. Also müssen wir mal ein bisschen wegmachen von ihm. Und sie versuchte echt gerade mein Zeug zu zerstören. Hey, mach dich weg hier. Oh Mann, 30% Leute. Sieht bis jetzt noch sehr, sehr gut aus für uns. Aber sie klaut uns gerade Zeug. Du gehst weg. Hey, geh weg hier. So, zack, 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 zack. Wir sammeln hier alles ein. Angst, dass der mich gleich umstellt. Und die beiden spielen gegen mich. Hey, wie unfair. Ich habe jetzt hier zwei Gegner, Leute. Das heilt nicht. Zwei gegen eins ist mega unfair. Yeah, Leute. Habt ihr das gesehen? Ich habe ihn oder sie. Nee, das war ein Mädchen. Ich habe sie erledigt. Und das ist unsere Chance, jetzt noch ganz, ganz viele Punkte zu holen. 33% zu 30%. So, 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 so. Du kommst es. Du schaffst es nicht. Bam. Yeah. Haha. Ja, wie gefällt dir das? Hä? So, komm, 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 Leute. Es sieht gut aus. Wir brauchen jetzt nur noch ein bisschen von ihm klauen. Und dann sind wir sicher weiter. Ah, er will auch gerade was klauen. Aber das lasse ich natürlich nicht zu, Leute. Denn ich schnappe mir jederzeit wieder was. Warte mal. Er ist Erster? Hey, er ist Erster. Und nein. Haha. Er ist raus. Und damit haben wir gewonnen. Und warum tanze ich da oben? Leute, was ist denn mit mir falsch? Ich wollte auch da unten tanzen. Naja, egal. Hauptsache, ich habe eine Runde gewonnen, Leute. Und das war Runde Nummer 1. Okay, Sieg Nummer 1. Weiter geht es. Wir haben die Farbe gelb. Und oh, mein Gott. Wir waren fast draußen. So schnell wäre ich fast rausgeflogen. So, wir haben jetzt ganz, ganz guten Start erwischt. So, warte mal. Wo sind wir? Wir sind... Oh, Platz 3. Platz 3. Okay, okay, okay. Die hauen sich hier gerade gegenseitig raus. Was machen die da? Und hier werde ich auch die ganze Zeit angegriffen. Die zwei Mädchen dort kämpfen dort. Und die dort hinten auch. Oh nein. Die hauen sich alle gegenseitig raus. Aber das soll uns nicht stören. Wir werden uns fleißig hier mal ein bisschen an den Punkten bedienen. So, Dankeschön. Zack, zack, zack. Die Punkte brauche ich. Was ist denn mit ihr los? Sie ist einfach hier drin ohne Punkte? Also ohne Farbe? Leute, okay. Das ist mega komisch. Hier ist noch ein Mädchen. Okay, ich kann sie jetzt gerade nicht angreifen. Aber es sieht gut aus. Wir sind schon wieder Platz 1 mit 3% Vorsprung. Okay, okay, okay. Einfach jetzt nur schön weitermachen. So gefällt mir das. Warte mal. Ich werde hier schon wieder angegriffen. Das gefällt mir überhaupt nicht. Weg mit dir hier. So, raus. Das ist meine Farbe. Äh, was? Okay, respawnen wir uns mal. Zack und machen wir... Die haben echt meine ganze Farbe da weggemacht. Oh nein. Jetzt haben wir wirklich nur noch 17% an Farbe. Und da kommt das nächste Mädchen. Und nein, sie will mich raushauen. Warte mal. Kann ich dich nicht raushauen hier? Zack. Ich will dich auch mal raushauen, Leute. Oh mein Gott. Was ist denn das hier? Niemand kann dich raushauen. Es sind einfach viel zu viele Leute hier. Naja, es wird nicht mal reichen für Top 3. Und ich bin tot. Und naja, egal, Leute. Ich würde sagen, wir schauen mal weiter zu, wie die das hier machen. Schreibt auf jeden Fall mal in die Kommentare, wenn du gerne möchtest, dass ich das gegen dich oder gegen Santi spiele oder sogar gegen Lami. Das würde mich mega freuen. Beginnen wir mal die nächste Runde. Und, ähm... Oh, hier ist schon gleich wieder jemand neben mir. Zack. Kann ich sie nicht umschnitzeln oder so? Wie macht man das eigentlich? Manchmal verstehe ich das nicht, Leute. Wie man hier jetzt genau jemanden umschnitzelt. Weil normalerweise muss man doch nur in diese helle Farbe dort reinlaufen. Aber anscheinend, Leute, funktioniert es manchmal nicht. Aber egal. Das soll uns nicht weiter stören. Ich farme hier schön am Rand. Lasst mich mal alle in Ruhe. Lasst mich mal mein Ding machen hier. So, wir brauchen die ganze Farbe hier und laufen dann mal schön einen riesen, riesen Bogen. Und du, äh, lässt mich da auch in Ruhe. So, guckt euch das mal an, Leute. Das sieht doch sehr, sehr gut aus. Damit hätten wir auf jeden Fall jetzt schon mal ganz, ganz viel Farbe für uns entscheiden können. Und wir sind Platz 1. Aber wir sind genau natürlich bei der Farbe Gelb. Und wir werden diesmal hier keine Punkte verschenken. Denn die Vitamine haben hier stark genug und beansprucht alles für dich selber. So, wir haben jetzt schon 28%. Also fast mehr als alle anderen hier. Die hier stört mich noch ein bisschen, diese Lila, ne? Hier, so, zack, zack. Was macht die Gelbe denn da? Hau ab da! Oh, Mann, die kämpfen schon wieder beide gegen mich. Naja, warte mal ab. So, das ist alles meine. Ja, du denkst echt, du könntest hier was machen, oder wie? Weg hier. So, wo folgt die mir die ganze Zeit? Jetzt gibt's Kriegier. Los, jetzt wird sie doch mal umgeschnitzelt. Okay, okay, okay. Sie versucht mich die ganze Zeit umzuschnitzeln. Und die Lila, ne macht die ganze Ruhe ihr Ding, ey. Alter, was willst du denn, ey? Oh, Mann, Leute, das ist so unfair. Wie kämpfen wir einfach zwei gegen ein? Warum wird sie nicht umgeschnitzelt? Hallo? Okay, Leute, ist ja auch egal. So, ich farme jetzt wieder ein bisschen von ihrer Farbe. So, und sie hat sie eliminiert. Okay, ich glaube, man muss sie einkreisen, um sie zu eliminieren. Das kann natürlich sein. Okay, trotzdem sind wir gerade Platz 1. Hier, gelb, orange wird erstmal weggemacht. Und wir haben das Spiel wieder gewonnen. Sieg Nummer 1. Was mache ich da oben? Alter, Leute, kann mir jemand erklären, warum ich da oben auf dem Ei tanze? Das verstehe ich absolut gar nicht. Aber auf jeden Fall haben wir damit unseren zweiten Sieg bekommen. Nächstes Spiel fangen wir direkt mal an. Mal sehen, ob wir vielleicht nochmal gewinnen können. Und was will die denn hier? So, raus mit dir. Ne, okay, hat der super geklappt, Leute. Aber was will der oder die hier? Kann ich dich nicht umschnitzeln? Hallo? Yeah, Leute, ich habe sie umgeschnitzelt. Ich weiß zwar echt nicht, wie ich das gemacht habe. Aber auf jeden Fall habe ich sie umgeschnitzelt. Und ich glaube, die hat auch gerade geschrieben, die ist ein Fan von mir. Also tut mir leid, wenn du das Video siehst. Aber ich muss halt auch mal gewinnen. Wir müssen hier ganz, ganz viele Farbe holen. So, zack. Da hätten wir wieder mehr Farbe als die anderen. Und Pink macht das auch ganz gut da drüben. Naja, egal. Bekriegt euch mal ruhig gegenseitig. Und es leben nur noch tatsächlich drei Leute. Einmal Pink, einmal Lila und Hellblau. Und was macht sie da? Na, warte mal ab. Was machen wir mit dir, würde ich sagen? So, zack, zack, zack. Okay, sie geht wieder lieber zurück. Sie hat gemerkt, was ich machen will. Oh, nein, nein, nein. Sie wollte mich raushauen. Nee, 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 Freunde. So nicht mit mir. Und hey, Pink, wir müssen uns zusammenspielen. Wir müssen beide gegen dieses Mädchen hier spielen. Denn sie hat viel mehr Punkte als wir. Also, raus mit ihr. Ah, naja, komm, 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 Leute. Ah, wie, Mann, wir müssen es weiterhin probieren. So, wird umgeschnitzelt. Und nein, Leute. Nein. Aber wir kaufen uns einfach einen Respawn und sind direkt wieder gestorben. Leute, ich glaube, das Spiel will mich auf jeden Fall veräppeln. Was soll das denn? Jetzt habe ich die Farbe blau bekommen. Mal schauen, was wir mit der hier so reißen können. Ob wir jetzt damit besser sind oder schlechter. Und übrigens bin ich jetzt schon Level 5. Also, über meinem Namen steht das Level, was ich jetzt bekommen habe. Und ich kann mir leider keine Upgrades kaufen oder so, dass ich schneller laufe oder so. Sonst hätte ich das mal gerne gemacht, Leute. Das wäre echt ein Misch cool gewesen, wenn man sich hier so Upgrades kaufen könnte. Aber wir farmen uns hier wieder Stück für Stück unser eigenes Land, färben unsere Farbe ein. Aber ich muss aufpassen, dass ich nicht sterbe. Nach und nach werden hier schon wieder einige umgeschnetzelt. Ich sehe es. So, pass auf. Ey, ich klaue dir keine Farbe. Keine Sorge. Na, okay, dann laust du mir halt meine Farbe. So, solange... Können wir uns einigen, dass wir uns nicht gegenseitig die Farbe klauen? Hey, Kumpel. Hey, ich habe gesagt, klaue nicht die Farbe. Irgendwie fühle ich mich hier ein bisschen eingezwinkt. Aber, so, jetzt haben wir wieder ein bisschen mehr Platz, wo wir hier alles sammeln können. Ich bin Platz 3. Das reicht noch nicht, Leute. Und Platz 2. Oder nee, sogar Platz 1. Grün dort hinten hat eine mega, mega große Fläche und ist schon Level 23. Oh mein Gott. Hey, Grün. Können wir vielleicht zusammen kämpfen? Orange klauen wir natürlich auch nochmal ein bisschen. Und Lila. Lila ist auch gegen mich. Naja, egal. So, wir kommen jetzt nah an Grün ran und die kämpfen gegeneinander. Oh nein, 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 nein. Die wurde umgeschnetzelt. Okay, dafür können wir jetzt trotzdem uns den Platz 2 holen. Warum greift uns denn Lila schon wieder an? Ach man, Lila, ey. Ich dachte, wir wären im Team. So, kann ich sie nicht umschnitten? Oh nein, das ist nicht gut, Leute. Beide kämpfen gegen mich. Hey, jetzt ist es aber mal gut hier. Okay, bekriegt euch ruhig gegenseitig. Das finde ich super. So macht ihr das fein. Und, äh, wieder. Oh mein Gott. Sie hat wirklich Grün rausgehauen. Das bedeutet, das ist unsere Chance. Und das ist unsere Chance, das Spiel hier wieder zu gewinnen. Und das mit einem deutlichen Abstand. Sie hat verloren gegen uns. Yeah, Leute. Da oben tanze ich wieder. Ich verstehe es bis heute nicht, warum ich oben auf der Disco-Kugel tanze. Aber das soll mir auch ganz egal sein. Leute, mir macht das so viel Spaß. Ich könnte das echt den ganzen Tag spielen. Ihr müsst das auch unbedingt mal probieren. Ich glaube, das heißt Paper.io. Ich kann den ersten Link in der Videobeschreibung euch mal verlinken. Dann könnt ihr mal sagen, wie viele Runden ihr geschafft habt. So, zack, eingereist. Und raus ist sie. Zack, zack, zack. Das läuft ja schon mal mega, mega gut. Also, ich habe das Gefühl, dass man die Leute einkreisen muss dafür. Und der hier macht ganz, ganz entspannt seine Kurven. Okay, okay, okay. So, guckt euch das mal an. Zack, da hätten wir wieder einiges an Farbe gesammelt. Und ich will hier echt niemanden gewinnen lassen, Leute. Niemand soll hier gewinnen. Aber es ist natürlich auch nicht so einfach, hier jemanden nicht gewinnen zu lassen. Und pink werden wir nochmal ein paar, so, paar Platten klauen. Bam. Damit sind wir wieder erstmal auf den ersten Platz. Wie lange ist eine andere Sache? Aber nein, wir haben es nicht geschafft. Oh Mann, Leute. Da wurde ich einfach schon wieder umgeschnetzelt von diesem Menschen. Naja, egal. Das werden wir auf jeden Fall nächste Runde besser machen müssen. Ich habe mich gerade gefragt, Leute. Meint ihr, man schafft 100% das ganze Feld hier auszufüllen? Ja, ich denke mal eher nicht. Und ich spawne immer in der Mitte. Das bedeutet, ich bin immer ein leichtes Opfer für diese anderen Leute hier. Und da, Lena wurde schon umgeschnetzelt. Und was ist das doch für ein Skin? Oha, der sieht ja mega cool aus. Aber jetzt wird hier erstmal ein paar Punkte gesammelt. So, 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 so. Zack, haha. So, wir haben uns wieder ein bisschen was gesammelt. Hier ist so ein lebendiger Mensch. Oh mein Gott, nein, 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 nein. Sie will mich umschnetzeln. Oh Leute, Leute, Leute. Das ist so knapp. Oh mein Gott, habt ihr das gesehen? Das war auch... Und Alter, der Pink hier, der stört mich schon. Wieder Pink. Was soll das? Hau ab hier. So, und bam. Ja, okay, ganz klar hat es nicht geklappt. Ah, Vitamine Roblox hat ihn zerlegt. Ich hoffe, das habt ihr gesehen, wie Vitamine Roblox ihn zerlegt hat. Und da ist das nächste. Mädchen, was mich hier stört auf meiner Reise. Äh, okay, das war nicht gut. Aber ich würde sagen, dafür respawnen wir. Und kämpfen gleich, äh, wieder weiter. Äh, wo soll ich hier Farbe farben? Oh mein Gott, okay, okay, okay. Beeilt euch mal, Leute. Hat er das Mädchen. Bam. So, können wir hier zack so ein bisschen was sammeln. Ja, das sieht mir gut aus. Und dann klauen wir uns noch ein bisschen Farbe. Oh nein, oh nein, oh nein, sie will uns umschnitzen, Leute. Ihr seht es. Ja, okay, das hat jetzt nicht gut so funktioniert, wie es, wie es sollte. Wir sind Platz 1, auch wenn nur knapp. Und Rot gegen Vitamine. Und yeah, wir haben es wirklich geschafft. Und in den 19 Sekunden hätten wir vielleicht 100% geschafft. Naja, gut, das glaube ich vielleicht nicht. Aber wir haben heute auf jeden Fall viermal gewonnen. Das hätte ich am Anfang echt gar nicht erwartet. Ich würde sagen, wir spielen jetzt noch eine letzte Runde. Und werden gegen die ganzen Leute kämpfen. Mit der braunen Farbe? Dunkelrot? Ich glaube, braun, dunkelrot, das trifft es eher. Und wir kämpfen uns auf den zweiten Platz. Und sind sogar erster momentan. Ja, Leute, hier ist einiges wieder drin. Aber ihr wisst ja, das Spiel ist mega, ja, lange. Das, also, wir sind wieder Platz 3. Naja, egal. Wir kämpfen uns trotzdem langsam hoch, würde ich sagen. Und du, blauer Mass, ich jetzt erstmal hier weghägen. So, ich will dich umschnitzen. Ich bin natürlich ein Pro in diesem Spiel. Deswegen würde ich dich nicht mit mir anlegen. Ja, okay, Leute, war jetzt vielleicht nicht das Beste von mir. Aber wir fangen wieder neu an. Und, äh, ich bin nicht bei Top 6. Ah, nee, wir sind sechster Platz, sind wir gerade. Was macht der? Was? Hey! Hey! Lol! Was hat der denn gemacht, Leute? Der hat mich echt eliminiert. Alter, ich bin nochmal tot. Also, jetzt reicht es mir langsam, Leute. Ich respawn die ganze Zeit. Ich sterbe immer sofort. Was? Die gehen nur auf mich hier. Wie unfair. Naja, egal. Wir sind Platz 5. Aber rücken natürlich weiter vor. Umso mehr Leute hier weggeschnitzelt werden in der Runde. Warte mal, der hat sich auch gerespawnt. Wird es immer, immer mehr für uns. So, wir sind jetzt immer noch Platz 5. Naja, egal. Das werden wir schon noch besser machen. Wir sind jetzt Platz 4. Und du haust ab hier. Okay, Leute. Ich gebe es auf. Die Leute da unten sind echt zu gut. Ich würde sagen, wir probieren es gerne mal mit euch gemeinsam. Wenn euch das Video gefallen hat und ihr gerne mehr solch coolen Videos sehen wollt, lasst es mich wissen mit einem Daumen nach oben da. Vergesst nicht, kostenlos abonnieren. Und dann sehen wir uns morgen beim neuen coolen Video. Bis dahin. Tschüss. Tschüss. Tschüss.